Ein Bild des Grauens bietet sich am Donau-Altwasser bei Leitheim im Landkreis Donauries in Schwaben. Und für die beiden Fischer Manfred Schweinbeck und Jochen Leinfelder ist es leider auch nicht neu. Zum wiederholten Mal sind große Teile des Fischbestandes verendet, sie klagen an. Dass irgendwo noch die Fische eine Chance haben, es ist einfach die Kinderstube für die Donau und die müssen jetzt im fast jährlichen Rhythmus elendig verenden. Man merkt irgendwo aus menschlicher Kraft kommt man an seine Grenzen und man kann es nicht mehr stemmen und dann kommt man in die Entscheidung, was macht man jetzt, nimmt man hin und gibt man auf oder kämpft man dafür? Und wir sind halt in der Gabe am Kämpfen, also wir haben noch nicht aufgegeben, aber es ist sehr kritisch. Seit Jahren kämpfen die Fischer um die Rettung des Gewässers und der Weißfische, Karpfen, Schleien und der großen Hechte. Die Naturschutzbehörde im Landratsamt und das Wasserwirtschaftsamt wissen seit Jahren Bescheid, das Problem ist bekannt. Man hat kein Wasseraustauschnetz, bei enormer Sonneneinstrahlung erhitzt sich das Wasser. Zudem haben wir natürlich, wie man es da sehen kann, die extreme, starke Verkrautung und auch die Seerosen, was wir drauf haben. Die Angrenzen der intensive Landwirtschaft lassen diese Pflanzen zudem besonders gut wachsen. Im Wasserwirtschaftsamt weiß man, dass das Problem vielschichtig ist. Wir haben es hier natürlich mit einer schwierigen Situation auch durch den Klimawandel zu tun, durch die sehr hohen Temperaturen und die Trockenheit kam es erst zu so einer kritischen Situation. Eine technische Lösung ist nicht ganz einfach und liegt nicht auf der Hand, sonst hätten wir sie schon längst realisiert. Eine technische Lösung sei aber machbar, so die Fischer. Das Altwasser ist meiner Meinung nach nur zu retten durch eine Anbindung von oben, dass ein ständiger Wasseraustausch stattfinden kann und ein Durchfluss und ein gewisser Grad an Selbstreinigung wieder stattfinden kann. Diese Lösung sei aber sehr teuer, so das Wasserwirtschaftsamt. Dort verweist man darauf, dass es durchaus natürlich sei, wenn solche Altwasser verlanden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.